Oh yeah! Soundcheck! Ö3 Soundcheck 2010 Der größte Bandplatzbewerb Österreichs geht ins Finale Ö3 Soundcheck 2010 Ich bin Joachim. Ich bin der Christoph. Ich bin der Ralf. Ich bin der Lukas. Und zusammen sind wir Any Major Dude! You were in But the might still hungry For love and grace Yeah, 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 yeah You've fallen so hard You've fallen so, falling so Yeah, yeah, yeah Also ich würde sagen, Undermind ist ein Popsong im weitesten Sinne und es geht dabei, ich denke, um die ganz großen Themen wie Vergänglichkeit, Tod und wie man mit solchen Dingen im Leben umgehen kann. Any major dude, votet für uns!